Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley, jawoll! So, wie immer, erstmal Wetterreport anschauen, weil ich hab's glaube ich vergessen, wie das Wetter wird in der letzten Folge. Also deswegen mal einmal nachschauen. Ja, eine leichte Prise, ja, na toll. Alles wieder gießen von Hand, ne? Gut, ähm, genau. Äh, das Kupfer, mal nachschauen, wie weit das Kupfer ist. Das sollte eigentlich schon fertig, äh, gebrannt sein im Barren. Jawoll. Ja, komm. Ja, ich glaub wir brauchen für die Watering Can, ähm, fünf Kupferbarren und halt wieder etwas Kohle. Naja. Und momentan mit, äh, äh, 24, was weiß ich, bin ich ein armer Schlucker. Das reicht nicht mal für eine Flasche Wodka. Aber für ein Päckchen Kippen reicht es immer. So. Ich glaube, vom, äh, vom Sound her ist es wieder, wie es beim letzten Mal war, relativ etwas leise. Oh, schau mal da. Ein paar Skip, paar Snip. Hm. Weil ich hab bei mir ja, ähm, die Lautstärke in meinem Kopfhörer etwas lauter. So, kein Wasser mehr. Und ich weiß auch nicht, wie er es jetzt auch nochmal ist bei der Aufnahme. Ich werde mal halt versuchen, zwei, drei, mal schauen, vier Folgen direkt hintereinander, ähm, aufzunehmen. Ja, sollte von der Zeit her hinhauen. Mal schauen. So. Ähm. Ähm. Organize? Nein. Community Center. Nö. Nee. Ip, ip, ip. Ah, tt, tt, tt. Ähm. Holz, Stein, Hartwood, ja. Ähm. Winter, Summer, Exotic, Spring. Äh. Ich glaube, nirgendwo brauch ich das paar Snip. Ja, trotzdem. Ähm. Rucksack, okay, check. Dann würde ich sagen, nochmal in die Mine. Das hat er bei mir erst doch hier etwas verändert. Nee. Mal schauen, was es hier zu ernten gibt. Nix. Ah, doch, da oben. Nachdem ist es auf. Ähm. Ähm, ja. Nochmal ein bisschen die Mähne. Etwas Kohle besorgen. Kupfer. Und dass ich mir später auch die anderen Sachen, ähm, aufwerten kann. In, äh, ne Kupfer-Pick-Axt, äh, ne Kupfer-Hoe und ne Axe selber. Aber wichtig ist mir momentan die Watering-Can. Ähm. Ähm, dass es halt ein bisschen schneller geht mit dem Gießen. Ja. 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 Mhm. Mhm. Ja. Hä. Äh. Gibt es hier wieder was zu pflücken? Nö. Ne, gar nichts. Okay, dann geht es halt in die Mine. Äh, wir haben, glaube ich, noch eine Quest offen. Oh, da muss ich auch noch hin. Bei der Wizard. Äh. Da muss ich auch noch hin. Man hat es vergessen. Da muss ich halt noch ein paar, äh, schleimige Monsters. Äh, noch umklatschen. Äh. Habe ich ja ganz vergessen. Und das muss heute noch passieren. Uh, uh. Was brauche ich da? Ah, okay. Ne, was, 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 was? Wo macht es unser Slime? Ja, okay. Ich brauche sechs, ähm, Schleimdinger. Slimes. Wenn ich hier immer mal noch die Leiter würde finden, wäre es noch wunderbar. Meine Nase juckt. Wie in fast jeder Aufnahme von mir, juckt mir immer die Nase. Ja, wo ist die verdammte Leiter? Mh. Bin ich ein bisschen doof? Wo ist die Leiter? Hm, hm, hm. Na toll. Ja. Na, bitte, lass mir einen Schleim. Ja. Ja, der Toll. Na, klasse. Oh. Ra-erf. Och, da hast du so eine blöde Raupe noch. Ja. Hier ist Kupfer. Ach, gerade mit der Leiter. Okay, sehr schön. So. Ah. So. Äh, ne Truhe. Na toll. Hartwut. Ich finde das immer so geil, wenn die platzen. Och Gott, nein. Ich gehe wieder. Keine Zeit, mich so lange aufzuhalten. Na, die Leiter habe ich schon mal gefunden. Sehr schön. Oh, wie viel Kupfer hier ist. Wahnsinn. Sehr schön. Oh Gott, drei Raupen. Ne, gib mir das Kupfer. Joa, mit Kupfer bin ich hier gut bedient. So, an die Leiter war ja oben gewesen. Äh, glaube ich mal. Energie. Na toll. Natürlich habe ich hier nochmal das Problem, dass es hier keine, äh, Slimes gibt. Stirb, stirb. Da kommt so ein Wurm raus. Ne. Na. Da halte ich mich nicht lange auf. Schleim, 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 Schleim. Bitte. Ja. Kohle. Sehr schön. Hier gibt es auch wieder Kohle. In der Lore. So, und dann geht es weiter in die nächste Etage. Oh Gott, das wird von der Zeit her, wird es ein bisschen knapp. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, 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 komm. Geh runter, verdammter Mann. Äh. Ach nee, dieser hässliche Rundparcours muss ja nicht sein. Aber in der Mitte lauert meistens immer ein relativ guter Loot. Das heißt, auf geht's. Kohle. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah, ich schasse diese Fliegen. Oh Gott, ist das hier stockdunkel. Naja, weh, als habe ich hier mal die Leiter gefunden. Da ist noch ein schleimiges Biest. Oh, wie viele Würmer dann hier sind? Raupen. Entschuldigung, das sind ja Raupen. In diesem Sinne. Na dann. Geben und bitte nicht auf den Keks. Ah, so. Die, 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 die. Hoff ich bekomme jetzt mal eine bessere Waffe. Weil die Waffe, die ich ja hier habe, die ist ja billig. Na toll. Eine Cave Carrot. Wie warm jetzt ist. Na toll. Ah, bitte ist hier eine Leiter. Oh, ich muss gleich wieder nach Hause. Verdammt. Und das glaube ich, das werde ich so nicht mehr schaffen. Wenn ich noch zum, ähm, zu dem Wizard muss. Komm, ich gehe ganz schnell in die, in die 20. Etage. Dann geht's noch einmal zu dem Wizard. Also das heißt, ich müsste erst mal nach Hause kommen. Und dann den Wizard besuchen. Ich hoffe mal, der hat nicht zu irgendwelchen Uhrzeiten geöffnet. Ey, dann platze ich. Dann platze ich richtig. So, was habe ich hier Schönes? Ah, ein besseres Schwert. Tschüss, du komischer Müll. So. Oh, Mann. Wobberboot. Immunität. Naja. Und tschüss. Oh, ich habe eine Cherry Bomb. Okay. Hardwood habe ich auch ein bisschen. Ja, okay. Lässt sich sehen. Und dann gehe ich noch schnell einmal zu dem Magier. Knöpfe mal die 240, äh, was weiß ich ab. Wenn ich das noch erstzeitig schaffe. Weil ich habe ja leider kein Pferd. Achtung, die Blöde. Erstmal schnell hier alles lagern. Weil nicht, dass ich da hier unterwegs einschlafe. Und ich noch den ganzen Loot noch mitverliere. Theoretisch würde das ja von der Zeit her reichen. Jede Menge Holz, was ich noch später... ...mitnehmen kann. Bitte, offen. Jawohl, hast du offen. So, gut. Quest abgeschlossen. 240... Hm. 240 Gold, bitte. Dankeschön. Ich will mir gerne morgen ein paar Samen kaufen. Aber morgen ist Mittwoch. Und da hat der Pierre... Er hat leider geschlossen. Hm. Eigentlich schade. Naja. Aber ich baue mir dann noch schnell noch... Äh, zwei Öfen. Ne, zwei Öfen, ne. Mayonnaise-Maschine. Ja, zwei Öfen kann ich bauen. Und dann muss ich nochmal in die Mine, nochmal ein bisschen Kupfer holen. Und ja. Drei Stunden habe ich ja noch Zeit, für die Sachen zu erledigen. So, und zwar... Und zwar... Ähm... Das, 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 das... Ähm... Quarz. Bitte mal zwei Öfen. Dankeschön. Ah, Kupfer ist fertig. So. Äh... Ja, okay. Nur für zwei Kupferbarren heißt der noch. Hier ist ja die normale Kiste. Topaz. Earthquartz. Ne. Earthcrystal. Hm. So. Steine habe ich noch ein paar Stück. Weil dann könnte ich ja auch hingehen. 75. Noch in das Gemeindehaus gehen. Die paar Sachen noch abgeben. Mining Level 3. Okay. Mal mal nachschauen, wie morgen das Wetter wird. Ja, gut, okay. Wetterreport. Oh, schon wieder leichte Brise. Mä. Ah, hallo. Ah, da kommt ja mein Hund. Sehr schön. Ja, ich sehe den Hund. Äh, ja. Ja, natürlich will ich ihn adoptieren. Und zwar nenne ich dich... Timmy. Ah, so hat mich damals mein Hund auch gehiesen. Und ja, warum denn nicht? Ähm, ja. Ja. Wie heute keine Ernte? Oh, schade. Ich dachte, es wäre heute wieder was fertig, aber... Nö. Nö. Ist leider nicht der Fall. Schade. Achso, die habe ich ja gegossen. Äh, wieder mal das Wasser auffüllen. Blüpp. Wie warst du schon? Keine? Okay. Gut. Ja, das geht... Dann geht es wieder zurück zur Mine. Und rein. Ähm... Ich nehme mir mal die... Ne, die Cave Carrots brauche ich noch. Ja, komm. Ich gehe so... Ich gehe mal den oberen Weg. Ja, ich habe ja noch eine bessere Waffe bekommen. Mit Speed und 4 bis 8 Damage. Das heißt, ich schlage schneller zu. Perfekt. So, keine... Ach, sag mal hier. Blüpp. Keine Würmer auf dem Boden. Im Winter sieht man die halt besser. Da sieht man die Würmer besser auf dem Boden rumschwirren. No, liegt. Okay. Ja, 40 Energie. Warum nicht? So. Und dann nehmen wir nochmal den Aufzug. Und dann geht es dann in die 20. Etage. So, gib mir den Pilz. Dankeschön. Och, komm ey. Okay. Ja, gut. Gibt es leider keine. Keine Mineralien. Nein, du brütest dich nicht aus. Ach Gott. Keine Mineralien. Na dann. Schon wieder ein Cherry Bomb. Ah, hier ist Kupfer. Hier ist die Leiter. Hm, komm. Ich würde mal sagen, ich setze mal die Bombe hier hin. Bumm. Nichts drinne, schade. Schau mal, was hier noch rumliegt. Hier ist noch eine Leiter, toll. Jetzt schlage ich so schnell zu. Egal. Toll, zwei Leitern auf einen Schlag. Hm. Mal schauen, was da auf der anderen Seite noch ist. Da ist ja auch noch ein bisschen was zum Erkunden. Oh, noch wieder ein Amnethist. Da freut sich Abigail. So, was habe ich hier bekommen? Einen Dagger. 10% Crit Power. Äh, naja. Würde ich eher verkaufen. In der Händler-Gilte. Hm, ansonsten ja. Vielleicht finde ich hier unterwegs noch eine Leiter. Naja, muss ich doch den ganzen Weg zurück rennen. Egal. So. Und weiter geht's. 25 Stage. Hm. Ne. Du haust so schnell nicht ab. Ne, ohne mich. Ne, ne. Na toll. Kleine Ebene. Und dann muss ich hier wieder... Ah, gut. Okay. Glück gehabt. Ach, ey. Ah. So. Hier oben war nix. Nein. Aber hier mal noch. die Steine zerkloppen. Ne. Ach, hier ist die Leiter. Oh, ne. Ich geh runter. Och, ey. Was ist denn hier los? Ah, toll. Scheiße, diese scheiß Fliegen. Oh, eine Twa-Fuhrerl. Squall. 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 Habe ich noch eine Cherry Bomb? Nein, habe ich nicht. Sonst würde ich die direkt hier oben einsetzen. Wobei, hier ist doch eh schon die Leiter. Ansonsten gibt es hier keine Rohstoffe, wo ich abernten kann. Oder? Doch, hier Kupfer. Ganz vergessen. 25 Kupfer. Würde noch einen Ofen ergeben, aber vier Stück sollten erst mal für mich langen. Ach, eh. Dreh dich doch um, verdammt. So. Mensch. Ah, hier gibt es wieder Kohle. Hier mal einsammeln. Ah. Oh. 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 So, wo ist die Leiter? Oh, kein Platz mehr? Oh. Jetzt habe ich da nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe noch mal einiges an Kohle übersehen. Oder beziehungsweise nicht aufgenommen. Ah, verdammt. Mein Fehler. Fehler. So. Dann machen wir noch die 30. Etage noch. Ach, ey. Hör mal auf, rumzunerven. Oh, eine Geode nehme ich gerne mit. Was schmeiße ich denn weg? Ähm. Holz. Weg. Kann ich... Ach, komm. Ah. Kann ich ja im späteren Verlauf genug, ja, farmen. Hier ist die Leiter. So. Mal schauen, was hier unten noch zu looten gibt. Hartwut, hartwut. Sehr schön. Dann sammeln wir mal den Hartmut ein. Ping. Und dann geht es wieder nach Hause. Ja, 50 Energie. Das wäre für mich ein bisschen kritisch. Weil ich eh nur 34 habe. Da habe ich mich übersehen, okay? Oder habe ich es übersehen? Hm, gut. Dann einmal die Kupfer noch einmal brennen. Genau. So. Und zwar, ähm. Kohle behalte ich. Das rein, das rein. Ne. Die Geoden nehme ich mit. Äh. Und zwar war es das. Ne. Amnethist noch rein. Gut. Habe ich hier noch irgendwo Kohle einstecken? Jawohl, habe ich. Ja. Rein, rein. Rein. Und alles andere. Ach, ich wollte noch die, die. Abenteuer gilt noch. Hm. Ja, beim nächsten Mal. So. Leg. Gut. Ja. Wetter, leichte Brise morgen. Ja. Folging. Ja. Ach Gott. Ein Tepper. Level 2. 5 HP. Live Elixier. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja. Bis dann. Tschüss.